Kelly Cantor wurde heute morgen aus der Entzugsklinik entlassen. Der Countrystar war vor einigen Monaten wegen Trockenheit und ungebührlichen Benehmens verhaftet worden. Wir sind sehr gespannt. Wir können's kaum erwarten, endlich wieder auf Tour zu gehen. Kelly geht's besser als je zuvor. Sie sehen toll aus, oder Leute? Danke, vielen Dank. Ich hab schon einen Opener für dich. Charles Stanton. Ich will Bo fürs Vorprogramm. Er ist Sänger und er ist gut. Hast du nicht Lust, mit uns auf Tour zu gehen, Bo? Raus aus den kleinen Kaschem und rein in die Profiliga? Du bist also der Aufheizer für die Durchgeknallte. Die sollte man einsperren und den Schlüssel wegwerfen. Sie ist nicht verrückt. Charles, wer ist Ihr Vorbild? Kelly Cantor und Jesus Christus? Du und Jesus Christus. Wer hätte das gedacht? Die Leute lieben sie. Was ist hier los? Das ist mein Song. Der war nichts für dich. Er war zu, was weiß ich. Zu gut, zu jung? Was? Gib mir die Flasche. Was ist los? Hast du noch einen Trick auf Lager? Irgendwas, damit das aufhört? Ja, hol niemanden aus dem Entzug vor dem Entzug. Dir liegt was an Kelly? Das ist ihre letzte Chance, das Ruder rumzureißen. Sie hatte ein Feuer an sich. Es gab nur einen Ort für sie, die Bühne. Du weißt, dass ich stärker bin als all das. Als ich dich das erste Mal singen gehört habe, dachte ich, so müssen Engel klingen. Ich liebe diese Geschichte. So wird das gemacht, Schätzchen.